Wie immer, es ist immer ein bisschen das Gleiche, schon seit x Jahren, du musst ein Spiel gewinnen, dass du in die Viertelfinals kommst. Das klingt so einfach, ein Spiel, aber es ist sehr schwierig, weil wir sind alle auf dem gleichen Niveau und die letzten zwei Jahre hat man gesehen, war es Dänemark, die man schlagen musste. Einmal ist es uns nicht gelungen, einmal ist es uns gelungen, zweimal im Penalty schiessen und jetzt ist es das erste Spiel gegen Belarus, das man gewinnen muss. Das Ziel ist ganz klar die Viertelfinals und wenn man die mal erreicht, dann hat man letztes Jahr in Montreal gesehen, wie knapp das war, wir haben gegen Amerika 3-2 verloren schlussendlich, aber das Spiel muss man dann irgendwann auch mal gewinnen, also darum sage ich, Viertelfinal unbedungt, das ist ein Minimalziel und dann schaut man, was mehr möglich ist.